Stellt euch für, wo wir heute sind, oder wo ich heute bei mir in der Vesper bin. Mein 100-Jobber ist gestern Ketten ausgerüstet und bin auf Frau Lassing gefahren zu meinem Lehrer. Zu dem Lokssuppen, das war mein Lehrer von 50 Jahren. Die neue 50 Jahre habe ich mir gesehen. Und das ist die Weinstube. Da haben wir Maria und ich kennengelernt. 67, nein 68 war es. Da haben wir das erste Mal vorgegangen und da sind wir reingegangen. Und da ist die Opfer zufällig. Da gehen wir rein. Da haben wir reingegangen schon her. Und da rechts haben wir gesetzt. Da ist der Tisch haben wir gesetzt. Ja, da geht es ein Zauwürzer. Geht es ein Zauwürzer. Da sind die Tische gewesen, da sind Führer. Da haben wir gesetzt. Was ist denn das? So, da komme ich. Nach Gottes Willen. Nein, da möchte ich nicht mehr rein. Man schaut sich nur schlimmer an. Da sind auch die Tische drin. Aber wir haben auf der anderen Seite gesetzt. Ach Gottes Willen. Das ist ja der Untergang. Da ist schon ein Kaffee schon her. Kaffee. Wir haben aber da reingegangen. Rechts sind wir gesetzt. Weiß ich noch. Das geht wieder aus. Das ist ja brutal. Das ist ja brutal. Das ist Neuting. Ich fahre jetzt auf Freilassing. Ein Lokschuppen. Da treffe ich mich mit meinem Lehrer von 1970. Als ich einen Aufstieg gemacht habe. Wirkliche Laufbahn. Der Schwarzhans mit EPE in Verbindung jetzt. Schau ich mir das an. Da vorne im Autoglas. Da habe ich mein erstes Auto gekauft. NSU Prince 4. 2.200 Mark hat er gekostet. Ich weiß nicht. Mein erstes Auto grüner. NSU Prince 4. Botweindel haben sie immer. Das ist ein Botweindel. Und dann. Und dann. Ein paar Jahre später. Den NSU TT gekauft. 1971. 6490 Mark. Weiß ich noch. NSU TT. 75 bis. Orange. Ist 180 gegangen. Ich bin mit 180 über eine Fehlwache gefallen. Servus. Jetzt fahre ich auf Freilassing.